Am Morgen haben wir uns auch dort getragen. Der Samstag kommt aus der Aussortung mit dem Morgen an. Wir kommen in den Morgen um 24 Grad. Und das Wochenende komplettert am Sonntag. Wir warten um 25 Grad. So ist es von früh bis spät. Also es muss noch nicht so wenden und rausgehen. Und einfach geniessen. Radio 1. Hier wird präsentiert von der Wienpark. Wir kommen in den Nachbarn für den Herzen des Herzens seit dem Knochenjahr. Und neue Lauf von Smart in Burg in Zerikoktzee. Ein Umfang in der Stadt in Wienpark. Man hat dazu geführt, dass die Stadt um die Strasse gespürt ist. Das von Baumstrasse bis um die Niedernstrasse. Wegen dem Fall wird, dass man von 60 bis um 2. So sind wir wegen der Keusüberlastung gestockt. Der Verkehr von 1.5 km in St.Cole. Zwischen Tietiken und Anforder, den Helfer Westen und Maragreis in Basel. Zwischen Autofahrt und Limentaler Kreuz. Und zwei Meldungen ab. Aus der Almen und Südachs vor Kontakionell. Zwischen Wasser und Wünschen. Zwei Kilometer Stellen wegen der Überlastungszeit. Steht bis zu 30 Minuten. Und dann melden wir den 3.16. Juni. Den besausten Wasser. Die Mütter Speri für alle Fahrzeuge. Das zwischen Sonnen. Was? Wintersperi für alle Fahrzeuge. Sonst passen. Die Sommerferien, die kommen jetzt schon gleich. Das ist nur ein kleiner Vorboten. Aber wohin im Sommer? Ein paar Reiseziele. In den 1.5 Stunden. Für Sie haben die Krofon weiter hinten. Florian Michael, schön. Sind Sie mit dabei? Keine Fahrzeuge. Keine Fahrzeuge. Keine Fahrzeuge. In so einer Komfortzeuge, wo wir immer dran sind. Spanien rum. Mit den Rollern. Die Feuerzeuge haben. Für das Bett. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020